Ja, man kann es ja nur an manchen Bäumen machen. An dickeren Bäumen wahrscheinlich, ne? Ne, es war kein Fichtenbaum. Ach so. Es war ein Laubbaum, ich muss es aber an Nadelbäumen machen. Ich baue noch einen zweiten Wasserkalakte bei uns noch hin. Jo. Oh, ich muss mal wieder feiern machen. Noch 29 Sticks. Wir haben es bald geschafft. Ich habe euch aber auch hier 10. Und gerade noch ein Krüter auseinander. Also noch 19. Juhu. Und dann dürfen wir wieder Bäume fällen. Und dann dürfen wir wieder Bäume fällen. Ja. ist das hier die tonte forrest schade dass sich diese zahl die angezeigt werden wenn sie schon verringert würde wenn man die einen sammeln also wenn du um elf eine pausen beste für eine runde pubg das haben wir jetzt den ganzen tag über gespielt ach eine runde komm ich möchte noch weiter aufnehmen ja gut ich finde aber ist es okay wenn ich eine runde aussitze ok ja ja ist ok wir sind dann mit dem nächsten auch gleich fertig ich war schon mal das heute einzuladen einen aufsammeln wenn ich nur irgendwo einen sehe ok oder in der anrecke mache ich auch noch ein Wasser collector oder ich bringe elf stück mit ich mach den drücken ja es ist nichts hier ich bringe ein wofür brauchen wir einen Rope Leute wofür brauchen wir jetzt einen Rope keine ahnung die hab ich doch fertig gebaut hat einer diesen einzigen mitgenommen ja ne ja hab ich ah ich hab den noch gar nicht fertig gebaut komisch so wie viele Sticks fehlt uns jetzt noch 13 und es wird langsam wieder dunkel super und dann angegriffen kann das gerade sein dass wir den ähm die ganzen Sticks und so weiter jetzt innerhalb eines Tages fertig gebaut haben ja das ist gar nicht mehr so schlecht au fuck fuck au au shit ich blute ich blute au 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 ich bin fast tot ich bin fast tot oh oh gott noch einen Schlag und bin tot warum ach warum spontane ähm Verlust von Leben er hat spontane Suizidgedanken achso ach ok wofür hab ich denn Medizie gecraftet ne wir brauchen noch Sticks wenn ihr habt ja ich hab äh ne hast du hast du Rabbits äh warum sind das jetzt schon wieder 30 Sticks weil ich brauch ich brauch ein Bett achso du brauchst jetzt ein Bett ja damit wir schlafen können wir können doch eigentlich an die andere Uferseite fahren oder wir schlafen einfach hier auf dem Boot ist doch eigentlich viel angenehmer oder dafür brauchst du auch wieder Fell hast du das Fell nein ich hab doch die schon für meinen Beutel gemacht ich hab doch gesagt dass ich einen Beutel gebaut hab so ein Beerenbeutel und ich darf ja nie auf Jagd gehen weil ihr euch dann immer beschwert wieso wir ey nein 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 wir brauchen Knochen ich hab doch Fleisch ja und ich bin kurz zum Verrecken ich hab doch Fleisch dann sag das doch dann gib mir mal bitte Fleisch dann hast du erst rüberfahren hast du es draufgepackt oder nein ich hab's draufgepackt wir machen einfach mal nacht durch hab ich auch kein Problem mit komm schon wo ist es denn ja warte noch bis es fertig ist ja ich seh's noch nicht mal ja warte bis es fertig ist dann siehst du es doch erst du kannst es erst essen ja ich will nicht nur das Emblem sehen du siehst ja auch das Fleisch wenn's draufliegt ach da liegt es okay so danke ähm da hinten rennt wieder einer weg holz 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 du kannst direkt reinladen wagen da ach so ihr wollt alle schon draufladen ja ja auch ein Sticks aber jetzt auf jeden Fall und dann wenn der nächste Tag ist dann geh ich auch bis auf Jagd dann hab ich ein paar Kaninchenfälle und ich hoffe dass kann einer vielleicht mal nachziehen wie viele draufpassen auf so'n Lockholder oder sieben wir haben jetzt eins, zwei, drei, vier vier 34 holz So und wie viele können wir insgesamt mitnehmen? Also 34 mal Wie viele Lockholder haben wir? Nein, wir haben insgesamt 1, 2, 3 Achso, 34 Stämme können wir mitnehmen pro Fahrt. Wir haben 7 Lockholder und wir haben momentan 34. Wir können 49 mitnehmen Das ist einfach so unrealistisch. So eine Skull-Lamp, das ist doch immer an. So eine Deckenleuchte quasi. Das ist eh nicht eine Deckenleuchte, sondern so ein normales, so ein Gestell mit einem, also nicht so ein Utilis, sondern so ein... Also das kannst du immer wieder neu anmachen, ne? Boah, genau. Und werden angegriffen. Oh, Junge, da sind ja nicht viele wieder, Alter. Oh, ja. Oh, Mann. Ah! Ah, ist er! Ah, ich hole dich gleich. Ich bin direkt. Ich bin direkt. Ich bin direkt. Ich bin direkt. So, Knochenzeit. Wir machen schöne Knochen. So, gleich können wir die erste Ladung rüberbringen. Hä? Hallo? Okay. Ich habe noch ein Stück Fleisch, weil ich so noch malen habe. So, ich brauche noch 3 Steps. Vier Baumstämme, dann können wir los. Mit der ersten Ladung. Aber mann, ich brauche noch... Oh, Mann. Ich brauche noch... Oh, Gott. Neu... Neu- Neu- Ladung von Gegnern. Hab keinen Bock auf euch schwuchteln, Alter. Geht weg! Glaub, das ist... Ja, fangt woanders ab. Komm, komm, hilf. Ich esse gerade. Man isst ein Mann nicht mehr. Man isst ein Mann nicht mehr beim Messen. Ey! Oh ja, alles klar. Du machst nicht meine schöne Rüstung kaputt. Warte, das ist ja noch ein Backolder. Alter, 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 du machst meine Rüstung kaputt. Alter, du machst meine Rüstung kaputt, ey. Dampfen, Fickser. Nur Schotze. Warte. Jetzt hol ich den Groschen noch mal raus. Da steht du raus. Unser Feuer ist kaputt. Ey, warum machen wir uns das jedes Mal? Wir müssen neues Feuer machen. Ich bin gerade beschäftigt. Ich hab keine, ich mach noch zwei Stones. Ich hab Stones. Wo, 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 wo. Hier, was? Alles gut. Da ist mein Fleisch weg. Toll. Hä? Was zum... Was? Nein, du sollst mitkommen. Ach, scheiß drauf. Hey, wir haben eine Lampe. Guck euch das doch mal an. Guck euch das doch mal an. Ach, das ist die Hauptsache. Acht Sticks noch. Äh, acht Vollstämme. Was macht ihr? Guck da mal in den Haft. Hast du gesehen? Äh. Ja, hab ich gemacht. Da ist der Wagen, da ist der Wagen. Ja, okay. So. Ja, okay. So. So, das ist Nummer eins. Sieht doch gar nicht mehr so schnell aus. Das ist jetzt nicht ganz gleichmäßig mit den Lampen, ne? Die sind jetzt ein bisschen... Aber egal. Es ist ungefähr an der Ecke. Kann man machen, ne? Kann man machen. Ähm. Fast M. Fast M. Okay. Aber das Boot ist weggepusht. Ähm. Nicht machen. Lustig. Ich bin jetzt fast, äh, Full Armor mit dem Knochen. Äh. Machst du mal. Ich hab gar keine Missung. Ah, schon wieder. Hör auf das Boot zu verschieben. Warum tust du sowas? Du machst gleich das Boot kaputt. Ich hab's gewendet. Professionell. Professionell. Hau da einfach raus, weißt du? Wenn ich mich jetzt auslogge, wenn er meine ganzen Sachen gelöscht... Sollte es vielleicht wirklich nochmal da hinten an Land gehen und speichern. Ja, speichern. Zur Sicherheit. Also, bevor du rausgehst, speichern das. Und dann... Ähm. Masmonk? Wenn du wieder reingehst, ne? Dann sag, äh... Also, du konntest ja grad eben auf New oder Continue klicken, ne? Ja, Continue muss ich drücken. Genau. Das ist wichtig. Und halt wie gesagt, bevor du rausgehst, speichern. Und es wäre natürlich auch toll, wenn Mario speichert, bevor er rausgeht. Na klar. Was machst du jetzt, Chris? Du bist doch hier, oder? Ich bin hier, ja. Okay. Ich komm später auch wieder. Mal los. Ja, okay. Dann bist du jetzt nicht dabei, wenn wir die Plattform anfangen. Ja, ist okay. Okay. Nö. Weil die Plattform können wir jetzt anfangen. Ah ja, komm, dann komm ich halt eben. Nein, 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 nein. Ja, du weißt schon, was dir wichtig ist. Oh, ich hab keine Zeit. Oh, ich hab keine Zeit. Oh, ich hab keine Holzladung. So, ich hab offiziell keine Holzladung mehr. Oh, ich hab offiziell keine Holzladung mehr. H war natürlich ein Prank, weil ich hab jetzt noch Hasenfleich. Äh, nicht Hasenfleich. Äh, nicht Hasenfleich. Hier ist. Darf ich vielleicht vorher noch was essen? Sollt grad extra was für uns? Weil ich so ein effektiver Junge bin. Ja. Einen Formel 1 Wagen, einen zweiten. Ja. Jetzt haben wir nämlich zwei Holzwagen. Hier, da müssen wir schneller fahren können. Wollen wir noch was zu essen da drinnen? Ja, für mich. Oh, noch Futter. Ah. Wollen wir noch irgendwo eine Leiche hier rumliegen? Ja, da vorne. Ich hab dich ja auch lieb. Ah. Hast du ein bisschen Leben verloren, hä? Ja, weil ich ein Trinkwasser getrunken hab. Warum wärst du? Nein, weil ich den mit einem Pfeil in den Kopf gejagt hab. Als ob. So, jetzt kommen wir hier. Ja. Was ist denn für ein Arschloch? Sag du's mir. Du hast mir mein Essen weggeklaut. Du scheiß. Arschloch. Ich hab' einen großen Vorrat an Fallen. Ich hab' auch fünf Leergans. Aber ich hab' gleich viel Wasser. Steuermänner an die Ruder. Und Kapitän an Bord, komm bitte. Papa, warum kann ich jetzt meine... Ich kann losgehen. Nein, kann nicht losgehen. Ich will noch meine Lampe fertig machen. Warum hat sich das Boot bewegt? Ich kann nicht meine Baustelle nicht fahren. Wieso geht das jetzt nicht? Jetzt geht es auch. Ja, Entschuldigung, Mann. Was hab' ich jetzt gemacht, Chris? Ja, ich... Ich konnte halt nicht... Ich konnte nicht draufgehen, ne? Ja, ich... Ich hatte dieses Zeichen nicht. Warte mal, warte mal kurz. Warte es mal. So. Chris, jetzt mal dein Ruder gehen, Alter. Ah, geht grad nicht. Mare legt hier oben hin, genau. Ah, geht nicht. Die fallen da unten durch. Äh... So. Egal, ich weiß noch. Chris, ich erinnere jetzt. Dann alle den Ruder und los geht's. So. Wir verlieren den Baumstern. Warte mal, wir müssen uns nach... Ja, genau. Ich lenke. Du bist einfach Gas. Du gibst einfach Gas. Ich lenke. Nein! Boah, Alter. Ich bin aus dem Boot rausgefallen, kurz. Wir haben einfach... Mann, die über Bord! Okay. Und... Noch'n Stück, noch'n Stück, noch'n Stück, noch'n Stück. Noch'n Stück, noch'n... Okay. So, jetzt können wir alles raussetzen. Alter, alter, was? Was ist das? Haben wir's verloren? Hoffentlich. Ich hoffe nicht. Alter, alter, geirrt mich nicht. Aufpassen, wenn die ich spammt! Alter, alter, alter! Achtung, ich hab wirklich noch das Boot. Ey, nicht, nicht, nicht in die Baustelle reinfahren! Natürlich, ist doch egal. Doch, noch geht das. So lange wir den letzten nicht gesetzt haben, ist das okay. Das ganze Schiff geht, der wird explodiert oder satt. Ich seh' jetzt echt schon kaum, dass wir am Ende... Ey, ich kann... Ich kann... Ich kann mir voll nur kein Rüst rausnehmen. Ey, ich drück doch eh! Ey, ich glaube, wer da drinnen steht, ist ein bisschen verbuggt. Ja, müssen wir... Müssen wir zurückfahren. Immer noch nicht. Bleib mal stehen. Nö. Hä? Geh weg, Mario, geh weg. Hey, hör auf! Ich reiß' das Ding ab. Ja, vorsicht! Du machst doch die anderen Sachen drumherum kaputt. Das Ding geht nicht kaputt! Ja, lass' es aber, bevor das Schiff nachher am Arsch ist. So. Weiter geht's. Toll. Dann. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020